Hallo Leute, mein Name ist Martin, herzlich willkommen zu den Wrestling News, die Themen heute Infos zu den All Elite und NXT Einschaltquoten. Außerdem haben wir eine schöne Überraschung für uns deutsche Fans und die Quartalszahlen der WWE aus dem dritten Quartal wurden veröffentlicht und haben dafür gesorgt, dass die Aktie erstmal komplett einstürzt. Alle Infos dazu hier. Am 5. November startet die WWE offiziell mit WWE Backstage. Das haben sie zwar in den letzten 2-3 Wochen schon mal hier und da so ein bisschen gemacht, aber offiziell startet die Studioshow am 5. auf Fox Sports 1. Und René Young hat jetzt in einer kleinen Videobotschaft über die erste Episode gesprochen, zum Beispiel, dass es eine Videobotschaft von John Cena geben wird. Im Hintergrund liefen auch Booker T und Samoa Joe mit rum, der wohl auch, solange er verletzt ist, Teil des Casts sein wird. Und dazu hat sie angekündigt, dass es einen riesengroßen Gast geben wird. Und damit meine ich nicht Körpergröße. Natürlich rasten jetzt alle wieder aus, CM Punk, oh mein Gott! Aber ich gehe nicht davon aus, dass es hier CM Punk wird. Trotzdem wird das Ganze heute Abend bei SmackDown veröffentlicht, also um welchen Gast es sich dabei handelt. Mal gucken! Dann hat Ric Flair in einem Interview mit Corey Graves bestätigt, dass er so weit fit ist, um auch offiziell aus ärztlicher Seite Bumps nehmen zu dürfen. Das heißt, er darf hinfallen quasi im Ring und das ist ziemlich interessant, denn so könnte man Ric Flair vielleicht auch in Zukunft, selbst wenn es jetzt nicht bei Crown Jewel war, irgendwie mit in Matches einbinden. Muss jetzt nicht ein komplettes Match sein, aber theoretisch könnte Ric Flair hier und da mal irgendwas kassiert bekommen. Kann man also mal in die Zukunft irgendwas mit einbauen? All Elite bzw. Fight TV haben jetzt bekannt gegeben, dass beim Full Gear Pay Per View nächste Woche auch live deutsches Commentary mit dabei sein wird. Also Mike Ritter und Günter Zapp werden das Ganze live kommentieren. Das heißt, du kannst in der Fight TV Ausstrahlung nicht nur in die spanische Tonspur wechseln, sondern auch in die deutsche. Das ist ziemlich cool, gerade für jemanden nicht WWE-lastigen, der dann hier trotzdem deutsches Commentary anbietet. Finde ich auf jeden Fall ganz geil, obwohl sie sich ja erst zu spät um den deutschen Markt gekümmert haben, geht es jetzt, was All Elite angeht, aber uns ziemlich gut. Und erneut gibt es ein Update zu Jordan Myers und seinen ganzen Rassismusvorwürfen. Dieser hat nämlich jetzt über Pro Wrestling Tees ein neues T-Shirt veröffentlicht. Auf dem steht, fuck Rassismus, guck lieber Wrestling, nur halt in Englisch natürlich, auf Deutsch wird es wahrscheinlich sehr wenig Sinn machen. Aber ja, so geht das Ganze also hier weiter. Ich denke mal, der wird sich jetzt ein bisschen wieder zurückfahren, aber das Ding war nochmal so ein Endstatement. Dann gab es ja gestern bei Crown Jewel das erste Frauenmatch in der Geschichte in Saudi-Arabien. Und da hatten wir ja Natalya gegen Lacey Evans, also eine große Sache. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man direkt auf dieses Match? Denn eigentlich haben die beiden ja ihre Fäde abgeschlossen, haben sogar zwischendurch ein Tag Team Match zusammen gehabt und eigentlich war die ganze Sache gegessen. Hier hat man sich aber dazu entschlossen, dass Natalya einfach eine Legende im Frauenroster ist und ja quasi Locker Room Leader. Und deswegen wollte man sie unbedingt damit reinsetzen. Außerdem haben wir auf der anderen Seite Lacey Evans, die ja selbst Mutter ist, eine Tochter hat und damit natürlich Vorbild für Frauen sein möchte. Und damit passte diese Konstellation. Sie haben ja sowieso kein richtig hartes Fädenmatch gegeneinander gemacht, sondern haben ja doch eher face-face-lastig damit gearbeitet, dass sie generell einfach stolz darauf sind, diese Chance hier zu bekommen. Frankie Kazarin hat in dem All Elite Tag Team Match ja einen ziemlich hässlichen Bump auf den Nacken genommen, als er eine Head Scissor vom Apron gezeigt hat. Und da gab es jetzt aber auch Entwarnung. Er hat sich auf jeden Fall nicht verletzt. Klar war das Ding ganz schön hart und er hatte auch nach dem Match damit ein bisschen zu kämpfen. Aber er ist nicht verletzt. Er hat keine Gehirnerschütterung oder sonst irgendwas. Und er ist Champion geworden. Von daher alles gut. Dann hat die WWE jetzt angekündigt, für Survivor Series gibt es eine ziemlich große Änderung. Und zwar war es ja sonst immer so, dass man Raw gegen SmackDown gestellt hat. Aber jetzt haut man NXT mit dazu. Das heißt, es gibt Raw gegen SmackDown gegen NXT Matches. Und das ist eine extrem krasse Sache. Denn damit ist auch offiziell, dass NXT der dritte Brand ist. Und nicht einfach der Nachwuchsbrand, den man halt mal so hat. Wo man die Leute hoch oder halt runter schieben kann. Sondern das Ding ist jetzt wirklich ein etablierter dritter Brand. Neben Raw und SmackDown. Und das ist eine ziemlich krasse Sache eigentlich. Das Problem daran ist nur, dass ja auch an dem Tag davor NXT TakeOver ist. Das heißt, die Talente, die bei Survivor Series eingesetzt werden, töten sich einen Tag vorher ja auch schon. Also für die NXT Talente wird das auf jeden Fall ein hartes Wochenende. Dann gibt es die Infos, was heute Abend bei SmackDown ansteht. Zum Beispiel gibt es ein Six Women Tag Team Match von Mandy Rose, Sonya Deville und Bayley. Gegen Carmella, Dana Brooke und Nikki Cross. Dann haben wir ein Singles Match zwischen King Corbin und Roman Reigns. Dazu noch ein SmackDown Tag Team Titel Match zwischen New Day und The Revival. Und dazu ist bei Maze TV der gute Bray Wyatt. Und natürlich gehen wir auch heute wieder auf die Einschaltquoten von All Elite und NXT im Wednesday Night Raw ein. Und auch diese Woche haben beide Shows wieder Zuschauer verloren. Das ist echt krass. Denn die All Elite Dynamite Episode hatte 759.000 Zuschauer. Also auch nochmal von den 963.000 von der letzten Woche runtergegangen. Obwohl es jetzt das Finale um die Tag Team Titel gab. Aber bei NXT sah es ähnlich aus. Wir sind auf 580.000 gefallen von den 698.000, die wir letzte Woche hatten. Damit als Fazit von der ersten NXT Episode bis zu der jetzt auf dem USA Network sind die Zuschauerzahlen um 51% gefallen. Bei All Elite sind sie um 46% gefallen von der ersten bis zu der jetzigen Episode. Dazu muss man aber auch nochmal sagen, bei All Elite gibt es noch eine Wiederholung. Und diese hatte auch letztens erst 116.000 Zuschauer gezogen. Das heißt, da gab es nochmal welche, die sich All Elite dann dort angeguckt haben. Bei NXT ist das aber analog auch so. Denn einen Tag später läuft ja NXT auf dem WW Network. Und ich denke mal, es wird noch sehr viele Leute geben, die das Produkt auf dem Network weiterhin gucken. Und da ist es aber so, dass ja da die Zuschauer, die Klickzahlen alle nicht veröffentlicht werden. Und deswegen kann man nicht genau sagen, ob nicht unterm Strich NXT vielleicht doch noch mehr Zuschauer zieht. Wichtig für die Werbetreibenden ist aber trotzdem das, was die Einschaltquoten im Fernsehen bringt. Damit macht man die dicke Kohle. Und deswegen ist das natürlich sehr interessant, wie sich das hier gerade verhält. Könnte ein Hint sein auf den Tod des Fernsehens oder sowas? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das schon echt krass, dass Woche für Woche auch gute Produkte Probleme haben. Tja Leute, und dann sind mal wieder die Quartalszahlen der WWE veröffentlicht wurden. Und wie man sich natürlich denken kann, sehen die auch wieder nicht so berauschend aus. Die gingen ja schon seit Jahren nach unten. Und so geht es dieses Mal weiter. Raw und Smackdown verlieren. In Bezug auf diesen dritten Quartal 2019 zum dritten Quartal 2018, also quasi den gleichen Zeitraum, verliert Raw bis zu 6% der Zuschauer und Smackdown bis zu 4% der Zuschauer. Wichtig ist hier noch zu sagen, das sind immer noch die Zahlen von den beiden Shows auf dem USA Network. Denn der Fox-Deal startete ja erst dann später, also im vierten Quartal. Damit zählt das hier alles noch nicht rein. Trotzdem sanken ja die Zuschauerzahlen, das ist ja aktuell immer noch so. Und generell hat man das aber auch wieder verglichen mit den Zuschauerzahlen von dem USA Network. Denn diese sind sogar um 15% gesunken. Und generell sind die Einschaltquoten von den besten 25 TV-Sendern auch um 7% in diesem Zeitraum gesunken. Das heißt, theoretisch kannst du der WWE da gar nicht so richtig einen Vorwurf machen, dass sie ein schlechtes Produkt liefern und deswegen die Leute abschalten. Weil generell einfach damit rausgekommen ist, dass viel weniger Leute Fernsehen gucken. Denn das ist ja auch irgendwie klar, weil die Leute nun mal jetzt mehr im Internet konsumieren, als im Fernsehen und das sind auf jeden Fall Zahlen, die das Ganze auch beweisen. Das heißt, das hat natürlich auch einen großen Einfluss, warum die Einschaltquoten von Raw und Smackdown weiterhin sinken. Trotzdem, und das ist natürlich wieder hart, ist als diese Zahlen veröffentlicht wurden, die Aktie der WWE um 15% gesunken. Und das ist ziemlich viel. Und das war ja auch sonst nichts. Das war ja nicht eine kleine Krise oder so eine kleine Finanzkrise, die da irgendwie jetzt in den letzten Tagen kam. Sondern es betraf hier wirklich die WWE-Aktie aufgrund dieser Zahlen, die hier veröffentlicht wurden. Also da haben wieder einige Leute sehr schnell dafür gesorgt, die WWE-Aktie abzustoßen. Weshalb die natürlich dann runtergegangen ist. Preis und Nachfrage, man kennt das. Aber ja, das ist auf jeden Fall immer eine ziemlich krasse Sache. Weil dann sind nämlich die Aktionäre nicht ganz so begeistert, wenn wegen irgend solchen Sachen oder wegen schlechten Zahlen die Aktie oder der Aktienkurs sinkt. Damit natürlich die ganzen Leute, die dort Aktien haben, an Wert verlieren. Und damit verlieren sie Geld. Und bei Geld hört er Spaß auf. Und dann könnte es natürlich dazu führen, dass vielleicht da jetzt auch mal langsam die ganzen Aktionäre der WWE mal auf die Finger hauen und sagen, ey, ihr müsst da mal langsam was ändern. Irgendwann stimmt die nicht. Aber das wären dann auch wieder reine Spekulationen. Muss man halt jetzt abwarten, ob da irgendwas kommt. Generell denke ich mal, dass die Aktie sich auch wiederholen wird. Trotzdem war das erstmal so ein harter Schnitt nach unten. Ja, Freunde, da war es das erste Mal mit den News für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt dran, Daumen nach oben, Abo da lassen, Kanal mitgliedschaft und Glocke aktivieren. Eigentlich alles easy. Und dann natürlich auch eure Meinung zu den ganzen Einschaltquoten, Geschichten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns am Sonntag im Livestream, 20 Uhr, zur Call of Duty-Kampagne. Ich bin gespannt, wie die ist. Die soll ja ziemlich krass sein. Ja, kommt da vorbei und wir sehen uns. Macht nicht mehr so dolle Haut rein und ciao.